Die kompetenten syrischen Behörden bestätigten, dass es ernstzunehmende Untersuchungen nach der Quelle des Feuers, welches zum Tod der türkischen Zivilistin und ihrer Kinder führte, gibt. Unsere herzlichste Beileid seitens der syrischen Arabischen Republik wurden der Familie der Märtyrer, ihren Freunden und unseren Brüdern, dem Volk der Türkei, ausgesprochen. In Fällen von Grenzwischenfällen zwischen zwei Nachbarländern sollten Regierungen weise, rational und verantwortlich handeln. Vor allem in Bezug auf die spezielle und heikle Situation an der syrisch-türkischen Grenze, wo sich undisziplinierte bewaffnete Gruppen an der Grenze ausbreiten, die verschiedene Agendas und Identitäten haben. Diese Gruppen sind ein Risiko für die Sicherheit Syriens, ebenso für die regionale Sicherheit der Länder der Region. Die syrisch-türkische Grenze ist eine lange Grenze und wird zum Schmuggel von Waffen, Munition und bewaffneter Terroristen, die Massaker in Syrien anrichten, missbraucht. Zuletzt das Massaker in Aleppo, angerichtet von Al-Qaida, das die Leben einer Anzahl an Zivilisten forderte. Syriens Verhalten gegenüber den Nachbarländern basiert auf den Regeln guter Nachbarschaft und des Respekts der nationalen Hoheit des Landes. Und es fordert im Gegenzug diese Länder auf, die nationale Hoheit Syriens zu achten und bei der Kontrolle der Grenze und der Verhinderung des Eindringens von Rebellen und Terroristen zu verhindern. Was Syrien auch immer getan hat. Wir möchten anmerken, dass am Donnerstag, den Dritten, um sieben Uhr abends türkische Truppen, Artilleriegeschosse südlich Richtung Tal Abiyad in das syrische Territorium feuerten und um Mitternacht aufhörten. Die türkischen Truppen begannen dann wieder mit dem Beschuss bis sieben Uhr morgens, Donnerstag des vierten Oktobers 2012. Dabei wurden zwei Armeeoffiziere verletzt, während unsere Streitkräfte sich zurückhielten und das Feuer nicht erwiderten. Die Regierung der syrischen Arabischen Republik bittet um die Kooperation der türkischen Regierung bei Grenzkontrollen, zum Vorteil beider Parteien. Im Rahmen des Respekts für nationale Souveränität und guter nachwirtschaftlicher Beziehungen wäre ich dankbar, wenn dieser Brief an die Mitglieder des Sicherheitsrats weitergereicht und als offizielles Dokument des Sicherheitsrats anerkannt wird.